Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Wir haben Anfang Dezember, es ist um die 0 Grad, also nicht gerade das optimale Wetter, um draußen zu fotografieren. Aber es ist das beste Wetter, um drinnen zu fotografieren. Und wie ihr mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel solch ein Foto hier bei euch auch zu Hause machen könnt, das zeige ich euch wie immer hier im Video. Was braucht ihr jetzt, um dieses Foto bei euch mal selber zu Hause nachzustellen? Das ist ganz einfach. Ihr braucht natürlich erstmal Früchte. In meinem Fall waren es jetzt Erdbeeren. Die sind immer beim Einkaufen über den Weg gelaufen und haben irgendwie den Weg in meinen Korb gefunden und dann auch in mein Auto und irgendwie auch sogar bis nach Hause. Ist ja manchmal nicht so. Die kommen ja manchmal zu Hause nicht mal an. Aber in diesem Fall war es so, weil ich sie tatsächlich auch für das Foto gleich gekauft habe. Und ihr braucht eine Kamera, ganz klar, eure Kamera. Ihr braucht ein Stativ und ihr braucht eine Lichtquelle. Und zwar ein Dauerlicht. Es muss kein Blitzlicht sein. Ich werde in diesem Video kein externes Blitzlicht, also kein Aufsteckblitz verwenden, sondern eine einfache Lichtquelle. In meinem Fall ist es ein LED-Panel. Das, was ich verwende, das gibt so einen Doppelpack, gibt es recht günstig. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal unter dem Video. Nutze ich sehr oft auch für Food-Fotografie. Ihr könnt allerdings auch eine Schreibtischlampe nehmen oder sonst irgendeine Lichtquelle, die ihr habt, die ihr entsprechend ausrichten könnt. Tja, und dann brauchen wir noch eine entsprechende interne Unterlage, die wir nehmen wollen. Eine weiße Platte würde ich jetzt nicht nehmen. Ich habe jetzt hier in meinem Fall so eine Pappe, die ist beidseitig bedruckt mit einem Marmormuster. Diese Pappen, die gibt es bei LensAid. Verlinke ich euch unten auch nochmal. Ich zeige euch hier auch nochmal den Shop. Da könnt ihr nämlich verschiedene Muster auswählen. Das Gute ist, an diesen Pappbögen, die reflektieren nicht. Sie haben so eine ganz seidige Beschichtung, sind perfekt zum Fotografieren. Und pro Pappe habt ihr beidseitig einen unterschiedlichen Druck. Das heißt, wenn ihr euch eine bestellt, könnt ihr sie mal als Untergrund oder mal als Rückwand nehmen. Das ist ziemlich easy. Und ihr müsst nicht extra hier zum Beispiel mit einer Marmorplatte rumhantieren. Und auf dem finalen Foto sieht man, tja, nicht unbedingt den Unterschied, würde ich sagen. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Foto. Die Erdbeeren habe ich als nächstes einmal abgewaschen, damit sie sauber sind. Und dann habe ich sie schon mal in zwei Grüppchen hier auf meinen Untergrund gelegt. In deren Fall ja mein Marmor-Imitant. Sieht ziemlich echt aus, muss ich sagen, wenn man hier rauf guckt. Ihr seht's. Und dann habe ich hier meine Kamera schon mal ausgerichtet. Und zwar habe ich jetzt hier ein ISO 400, Blende 11 und eine fünftel Sekunde Verschlusszeit. Fokus habe ich hier automatisch gesetzt. Und dann können wir schon mal hier das erste Foto machen. Ich habe nochmal zwei Sekunden Vorauslösung eingestellt. Und dann machen wir hier das erste Foto. Das Foto sieht natürlich jetzt noch nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hat auch noch nichts von diesem Dark and Moody Style. Wie können wir das jetzt ändern? Im Moment haben wir natürlich sehr viel Umgebungslicht. Und das können wir so auch nicht ändern. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen kleinen Darkroom basteln. Ich verwende für den Darkroom quasi jetzt solch eine Bastelpappe. Gibt's im Schreibwarenladen. Das sind große Bögen und die eignen sich perfekt dafür. Als erstes nehme ich eine große Pappe. Die stelle ich mir hier auf. Das wird der Hintergrund meines Fotos. Und dann seht ihr schon, dann ist natürlich der hintere Bereich hier schon wesentlich dunkler. Auch hier können wir jetzt nochmal ein Foto machen, damit ihr schon mal den Unterschied seht. Einstellungen an der Kamera lasse ich gleich. Und dann machen wir hier das nächste Foto. Ja, Hintergrund ist jetzt natürlich schwarz durch die Pappe. Sieht auch schon ein bisschen besser aus. Aber der helle Lichtstrahl, der von vorne jetzt auf die Erdbeeren fällt, der fehlt natürlich noch. Und den können wir jetzt ganz einfach mit nur einer Lichtquelle, und zwar kein Blitz, sondern Dauerlicht hier erzeugen. Wie funktioniert das Ganze? Wir bauen uns hier vorne quasi einen Lichteinfall. Also so ein Lichtdurchlass. Auch das ist ganz einfach. Dafür habe ich noch zwei Pappen hier mir zurechtgeschnitten und diese einmal umgeknickt. Und wenn ich die hier vorne hinstelle, dann seht ihr schon, dann entsteht hier natürlich eine Öffnung. Und durch diese Öffnung kann jetzt mein Lichtstrahl auf die Erdbeeren hier fallen. Und dadurch bekomme ich dann die entsprechende Lichtsituation, die ich haben möchte. Dafür stelle ich jetzt erstmal das Licht auf, das Dauerlicht, mein LED-Licht. Und dann zeige ich euch mal, wie hier der Lichtstrahl auf die Erdbeeren wirkt. Wir haben jetzt das Umgebungslicht ausgemacht. Und dann seht ihr schon hier in unserem kleinen Darkroom, hier sieht man ganz deutlich den Lichteinfallschlitz hier vorne. Und dann seht ihr auch schon die Lichtwirkung, die das Ganze hat. Wir haben einen Hintergrund, der schön schwarz ist. Wir haben hier vorne die Erdbeeren. Und genau das ist es ja, was wir auf unserem Foto haben möchten. Kamera habe ich jetzt hier vorne positioniert. Das seht ihr ausgerichtet, auch schon natürlich auf unserem Bild. Und dann haben wir Kameraeinstellungen, ISO 400, eine Blende 10 und eine Fünftelsekunde Verschlusszeit. Und hier machen wir jetzt mal das nächste Foto. Zwei Sekunden Vorauslösung. Ich habe den Autofokus angelassen. Und da haben wir hier unser erstes Foto. Das Foto habe ich im RAW-Format aufgenommen. Denn wir müssen das noch ein kleines bisschen nacharbeiten. Was wir jetzt da nacharbeiten, das zeige ich euch jetzt mal in Lightroom. Warum will ich jetzt mein Foto noch in Lightroom nachbearbeiten? Das ist ganz einfach. Auf den ersten Blick sieht es natürlich cool aus. Aber ein paar Sachen gefallen mir noch nicht. Der vordere Bereich hier, die Erdbeeren, das ist mir zu hell. Hier hinten sehe ich auch noch so ein bisschen so Grautöne. Das gefällt mir alles noch nicht so richtig. Und auch die Farbe hier könnte ein bisschen knackiger sein. Das heißt, wir arbeiten jetzt erst mal hier an den Lichteinstellungen. Als allererstes gehen wir mit den Lichtern ein bisschen runter. Und dann seht ihr, dann wird hier natürlich auch die Textur wieder ein bisschen deutlicher von den Erdbeeren. Dann können wir mal gucken, was hier passt. Nicht zu weit runter gehen. Ich denke, hier ein Wert von 31. Das ist sehr gut. Dann hätte ich hier gerne ein bisschen mehr von der Erdbeere gesehen. Das heißt, ich hebe hier die Tiefen ein bisschen an. Und dann seht ihr, dann wird hier ein bisschen mehr von der Erdbeere sichtbar. Jetzt wird natürlich auch der Bereich hier, der dunkle, der schwarze Bereich, ein bisschen mehr sichtbar. Dann gehen wir auf die Schwarzfarben und dunkeln das ein bisschen ab. Und dann seht ihr, dann wird auch das hier wieder etwas dunkler. Das wäre es eigentlich im Groben schon mit der Bearbeitung im Bereich Licht. Jetzt würde ich auf jeden Fall hier noch an den Farben ein bisschen arbeiten. Und zwar das Grün. Ja, das ist so ein Grün. Man sieht es dem Grün eben an, dass die Erdbeere schon ein paar Tage unterwegs ist. Das möchte ich ein bisschen frischer machen. Das machen wir ganz einfach hier mit der Farbe. Und zwar gehen wir hier oben mit dem Farbton ein bisschen hoch. Auch die Sättigung verstärken wir ein bisschen. Und die Luminanz verstärken wir auch ein bisschen. Und dann ist es schon wesentlich grüner. Auch hier vorne. Man sieht es noch ein bisschen natürlich, dass die Erdbeere jetzt nicht frisch gepflückt ist. Aber durch die Verstärkung des Grüntons, denke ich, ist das hier ein bisschen ins Hinterrücken geraten. So, und jetzt natürlich noch das Rot der Erdbeere. Auch hier gehen wir mit der Sättigung weiter hoch. Denn so eine Erdbeere, die muss knackig rot sein, damit sie natürlich auch schmeckt. Farbton geben wir auch ein ganz kleines bisschen nach rechts. Gar nicht viel, nur ein bisschen. Und die Luminanz, auch damit gehen wir ein bisschen nach oben in den Plus-Bereich. Dann gehen wir noch auf die Klarheit. Ich zeige euch das mal. Wenn wir hier nämlich reingehen, dann seht ihr schon, das ist schon schön knackscharf. Aber wir können mit der Klarheit das noch ein bisschen verstärken. Dann seht ihr schon, dann wirkt das Ganze natürlich noch wesentlich schärfer. Das war es eigentlich grundlegend von der Bearbeitung. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist natürlich hier dieser Bereich. Ihr seht, da ist es noch so ein bisschen grau. Das Ganze können wir natürlich mit einer Vignette wegzaubern. Wir gehen mit dem Vignettenregler hier in den Minus-Bereich. Und dann seht ihr, da wird das hier hinten natürlich schön dunkel. Und auch hier vorne, der Bereich, wird noch mal ein bisschen mehr abgedunkelt. Dann gucken wir mal und ziehen mit dem Regler so weit runter, bis uns das Ganze am besten gefällt. Ich denke, hier Wert 51, der ist hier genau richtig bei der Bildkomposition und auch bei dem Licht. Da haben wir hier unten noch mal das Ganze schön sanft abgeschattet. Und da haben wir so diesen typischen Dark and Moody-Style, tja, nachdem wir das Ganze ja auch fotografiert haben. Und das wäre jetzt hier in dem Fall, ihr seht, das ist gar nicht viel nachbearbeitet, mein finales Foto. Damit ihr noch mal den Unterschied seht, zeige ich euch noch mal das Ausgangsfoto. Das ist dieses hier. Dann seht ihr, das ist mir hier alles ein bisschen hell. Das hier unten ist schon nett, aber eben noch nicht so, wie ich es gern haben möchte. Und hier haben wir die nachbearbeitete Version. Ein bisschen Nachbearbeitung hat aber einen großen Unterschied. Ich sehe es noch mal vorher. Nachher hat, finde ich, einen großen Unterschied im finalen Bildergebnis. Ihr seht ein Fotoprojekt, das ihr ganz einfach zu Hause bei zum Beispiel schlechtem Wetter draußen mal nachmachen könnt. Minimalistischer Aufwand und ich finde ein tolles Bildergebnis. Es muss ja nicht Obst sein. Ihr könnt auch alle anderen Sachen damit fotografieren. Bei Food-Fotografie kommt es immer am besten. Bei mir dachte ich jetzt so, die Erdbeeren, das hat mir vom Kontrast gut gefallen. Dunkler Hintergrund, schwarz und dann die leuchtenden Erdbeeren. Das macht natürlich gleich auch Appetit auf so eine tolle Frucht. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja in dem Stil schon mal selber was fotografiert. Dann lasst mir doch gerne mal euer Kommentar dazu da. Wie war euer Aufbau? Habt ihr ganz andere Kameraeinstellungen genommen? Was habt ihr fotografiert? Und vielleicht habt ihr so ein finales Foto ja auch schon bei Instagram. Dann wisst ihr, dann schreibt mich an auf Instagram und schickt mir gerne mal euer Foto. Schau ich mir gerne an und wenn es mir gefällt, dann bekommt es natürlich auch einen Repost bei mir in der Story. Ansonsten, wenn euch die Anregung zum Fotografieren und die Erläuterung dazu, wie ihr zum finalen Foto kommt, gefallen hat, dann lasst mir gerne fürs Video einen Daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und auch hier bimbelim die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen und kann euch sagen, in diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.